Ich habe alle großen Turniere miterlebt, also Cologne, das Feeling, die Location, die Leute, das ist einfach das größte Turnier, das geilste Feeling. Ich habe auch mit Nathan geredet, also er hat gesagt, wenn er ein Event ist, was man sich anschauen sollte, also ESL One ist sicher das beste Event, das man sich anschauen kann. Wir sind inspiriert von Spielern all around the globe, wir sind inspiriert von den professionellen Teams, sie trainen every day, für Wochen, für Monate, sie kommen zu Cologne, um zu entscheiden, wer der beste Team in der Welt ist. ESL One Cologne ist besonders, weil wir eine neue Pascal-Architektur für den ersten Mal und es ist der erste E-Sport Event, die auf den Pascal-Cards gespielt hat. Es muss klar sein, die Frame-Raten sind optimal, sie haben eine große Herausforderung, die wir haben, die Technik-Hördler zu einem Punkt, wo es nur um die Spieler-Skill geht. Es muss klar sein, die Frame-Raten sind optimal, sie haben eine große Herausforderung, wir haben Bildschirm mit G-Sync-Technologie, also wenn die Spieler da nicht die besten Turnierbedingungen haben, dann wäre das in einer Counter-Strike-Weltmeisterschaft ja auch nicht angemessen. Ich denke, das ist das größte Event, das wir hatten. Es ist eine große Arena und es ist nicht nur, dass es viele Leute hier gibt, sondern die Leute sind wirklich hyped und sie machen die Atmosphäre unglaublich. Wir haben hier ein Finale, das wir uns eigentlich besser nicht hätten wünschen können. Wir sehen jetzt ein Team, was die Nummer eins der Welt ist, nämlich SK Gaming und wir sehen Team Liquid, die nicht nur für sich selbst den ersten großen Titel holen kann, sondern auch für eine ganze Region. Ein Nordamerikaner Team macht die Grand Finals eines Major-Tournaments. Das erste Mal haben wir keine europäischen Team in den Grand Finals. Die erste Mal haben wir eine große Angelegenheit in der Welt gewinnen. Die erste Mal haben wir eine große Angelegenheit in der Welt gewinnen. Die zweite Mal haben wir eine große Angelegenheit in einem Jahr, die sind die Sie die Winners! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018